Die letzte Hallig, bevor wir Armum erreichen, ist Huge. Sie ist die zweitgrößte 10 Halligen im nordfriesischen Wattenmeer. Huge ist, anders als die anderen Halligen, von einem rund 1,20 Meter hohen Steindeich umgeben, sodass sie für Überflutungen durch leichtere Strumpfluten geschützt ist. Dennoch ist die Hallig durchschnittlich 2-6 Mal jährlich von Land unter betroffen.